Hallo und herzlich Willkommen zum Empowered Life Podcast. Dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Ich bin Heike Dittmers, Mindset & Empowerment Coach. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es auch ein super spannendes Thema, nämlich das Thema Selbstverwirklichung und wie du deine wahre Stärke, also deine Soul Power aktivierst. Du wirst erfahren, was es braucht und auch was im Gehirn tatsächlich für Dinge passieren, warum wir unsere Soul Power manchmal nicht leben und wie wir das verändern können, warum die Intuition wichtig ist, wie du deinen Ängsten neu begegnen kannst und wie du dich auf diesen Weg begeben kannst, kontinuierlich zu wachsen und dich mehr und mehr mit diesen wahren Ressourcen, die ja zu jedem Zeitpunkt da sind und die wir häufig ja auch richtig spüren, in Kontakt trittst. Selbstverwirklichung ist meistens so eine Reise in das persönliche Wachstum, die dich mehr und mehr wirklich in deine authentische Kraft führt. Und was bedeutet das? Wir kommen alle auf die Welt wie ein leeres Blatt Papier und dann bekommen wir wie so Hülle um Hülle von unserer Umwelt übergestülpt. Ja, also unser Ganze, unsere ganze Identität setzt sich zusammen aus dem, was wir erleben. Denn unsere Umwelt spiegelt uns quasi wieder, wie sie uns sieht und wie sie uns gerne hätte. Und je nachdem, wie unsere Umstände waren, bildet sich daraus natürlich dann eine Identität und entweder ein sehr starkes falsches Selbst, wie man sagt, oder eben auch nur ein bisschen und dafür ein sehr starkes wahres Selbst. Und häufig, wenn wir merken, da ist irgendwie so ein Teil, der fehlt, wir sind nicht richtig in unserer Kraft, wir lassen uns schnell zurückhalten auf unserem Weg, wir zweifeln schnell oder zweifeln immer wieder, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen wollen oder halten uns davon ab, bestimmte Wege zu gehen. Dann lohnt es sich, da nochmal zu gucken, bin ich wirklich in meiner wahren Power? Fühlt sich das so richtig juicy und gut an? Oder habe ich da ein Stück von meiner Energie, die ich gerade nicht lebe? Oft hat das aber gar nicht so viel mit dem zu tun, wie unsere Essenz wirklich ist, sondern das sind dann Konditionierungen, das sind auch gesellschaftliche Annahmen und Vorstellungen. Das ist so interessant. Ich habe mich jetzt intensiver mit der Thematik der Gefühle, also Emotionen beschäftigt und unsere Emotionen sind ja zum Großteil gelernt. Also wir haben einen Affekt, nennt man das, also wir haben eine, ja wie so eine Reaktion, aber wie die bewertet ist, ist komplett gelernt. Das kennt man ja auch. In unterschiedlichen Kulturen wird unterschiedlich darauf geachtet, also zum Beispiel Essgewohnheiten. In vielen asiatischen Ländern ist es ja gang und gäbe, dass du schlürfst und wenn du das hier machen würdest, würde das auf jeden Fall eine emotionale Reaktion bei deinem Gegenüber bewirken. Das bedeutet aber, weil wir häufig immer denken, unsere Emotionen sind die Realität, dass da einer der aller, aller wichtigsten Schlüssel drin liegt, denn unsere Emotionen sind gelernt zum Großteil und wir können sie auch wieder verlernen. Und das ist ein super spannender Schlüssel für diesen Weg, alte Konditionierungen hinter sich zu lassen. Ja, weil wir häufig so denken, ja, so bin ich halt, so ist es eben. Wenn wir tief in uns spüren, dass da noch was anderes ist, dann ist es ein Aufruf, sich auf dem Weg zu machen und herauszufinden, was unsere wirkliche Kraft ist. Und das ist leichter, als wir oft denken, denn diese Kraft, die wir haben, diesen Spirit im Yoga nennt man das Prana oder im Hawaiianischen nennt man diese spirituelle Kraft auch, Manas, je stärker wir verbunden sind mit unserem Blueprint unserer individuellen Kraft, umso machtvoller und energievoller fühlen wir uns. Und ganz häufig haben wir halt diese Leia von Konditionierung, diese Leia von Identitäten, so bin ich halt, so ist es halt. Schicht für Schicht so um uns rum. Und das gibt uns auch Sicherheit, weil das ja was ist, was bekannt ist. Also wenn man das jetzt von der unterbewussten Ebene angucken würde, dann würde man denken, ja, so bin ich halt. Das fühlt sich auch sicher an. Es fühlt sich aber nicht immer erfüllt an. Und manchmal begeben wir uns eben durch diese Konditionierung, durch diese Hüllen, die wir so angesammelt haben, auf einen Weg, der gar nicht unser eigener ist. Ja, ich war neulich auch in einer Kunstausstellung in den Deichtorhallen und da war eine Künstlerin, ich weiß ihren Namen jetzt nicht, aber die hat dann so Einfamilienhäuser auf dem Land, ich glaube zwischen Hannover und Kassel oder so, so solche Rheinhaus, wie nennt man das, Rheinhaus, wo du hinfand, ein Musterhaus, Musterhäuser heißt das. Jetzt weiß ich es wieder, genau. Musterhäuser hat sie fotografiert und hat das aber auch mit so einem leicht kritischen Blick betrachtet. Ist es wirklich das, also ist dieses nach diesem Muster gebauten Haus wirklich das, was dir dann Glück und Erfüllung bringt? Du lebst dann sicher, aber für einige ist es sicher auch der richtige Weg, aber für manche eben auch nicht. Und das gilt es auf dieser spannenden Reise in die eigene Selbstverwirklichung rauszufinden. Was ist wirklich meins? Gehört das zu mir oder gehört das zu etwas ganz, ganz anderem? Und ich finde immer, der wichtigste Indikator ist, fühlst du dich verbunden mit deiner Kraft oder hast du irgendwie das Gefühl, ich fühle mich nicht wirklich verbunden mit meiner Kraft, ich fühle mich getrennt von meiner Kraft. Und das ist so ein Indikator, der total wertvoll ist und dir so viel Aufschluss darüber geben kann, was gerade stimmig ist und wo es wirklich jetzt die Zeit ist, die Flügel auszustrecken und die Kraft nochmal zu aktivieren. Die eigene Kraft, wirklich nochmal mehr in die eigene Kraft zu treten. Und eigentlich wachsen wir ja als kleine, geniale Kinder auf und verlieren dann immer mehr und mehr und mehr durch die Konditionierung von unserem wahren Selbst. Der erste Prozess des Lebens ist, wir verlieren mehr und mehr und mehr von unserem wahren Selbst. Und der zweite Prozess des Lebens, so sehe ich das, ist, dass wir dann mehr und mehr diese Hüllen wieder ablegen und immer mehr wirklich zu diesem Kern kommen, wie wir wirklich gemeint sind und wie wir auch voll in unserer Power sind. Denn diese Kraft, dieses Manas, diese spirituelle Power, wie man auch sagt, die ist ja immer da. Ein Element, das da total wichtig ist, ist das Hören und dem Folgen der inneren Stimme. Und manchmal, und ich kenne das selber, dass wir diese Stimme hören und oftmals genau wissen, was richtig für uns ist. Wie als wenn wir so einen richtig coolen Berater, so eine richtig coole Beraterin haben im Kopf, die sagt, yes, babe, jetzt gehe ich hier lang und jetzt mach das und richtig cool. Und die Stimme sagt uns eigentlich ziemlich genau alles, ja. Die sagt uns, wann es Zeit ist, den Job zu kündigen. Die sagt, wann es Zeit ist, dass in der Beziehung was verändert werden muss. Die sagt, wann es Zeit ist, neue Wege zu gehen, wenn sich vielleicht so ein altes Karma abgearbeitet hat und man den Impuls bekommt, so hey, das ist es nicht mehr, geh einen neuen Weg. Mach dich auf. Und die Stimme ist meistens auch so begeistert, so hell, yes. Und dann ist es halt häufig so, dass wir gelernt haben, sie nicht ernst zu nehmen, sondern nur dem logischen Verstand Bedeutung zu geben. Und das ist auch was, was wir von früh auf lernen, ja. Sei vernünftig. In der Schule ist es meist die Logik, ja. Mach bloß alles nach Plan. Wenn du da nicht nach Plan funktionierst, dann passt du da nicht rein. Und du musst dich anpassen, damit du reinpasst. Du musst eigentlich deine innere Stimme öfter unterdrücken und einem anderen Weg folgen, der nicht, der ist, der wirklich zu 100 Prozent zu dir gehört. Der Verstand ist super wichtig, auch bei der Umsetzung. Auch wenn es darum geht, hey, was ist der nächste Schritt? Da ist der Verstand super, aber eben in Kombination mit dieser inneren Stimme. Und was wir machen können, um diese innere Stimme zu stärken, ist im Kleinen, also wenn wir jetzt angefangen haben, im Großen die immer zu überhören, dann ist der erste Schritt wirklich im Kleinen, dem zu 100 Prozent mal zu folgen und zu gucken, was dann passiert. Und ich möchte es auch nochmal aus Gehirnperspektive betrachten, weil das ist super interessant. Unser Gehirn hat sich ja zusammengesetzt. Zuerst war der Instinkt, also der sogenannte Animal Brain mit der Amygdala da. Das ist sozusagen der älteste Teil unseres Gehirns. Da geht es einfach darum, sicher ist es sicher oder ist es nicht sicher? Ist es sicher, ist es nicht sicher? Dann kommt das limbische System, das ist unser emotionales Zuhause, unsere Emotionen. Und erst danach, in der Geschichte des menschlichen Gehirns, hat sich der präfrontale Kortex gebildet. Das ist der Bereich, wo unser Verstand sitzt, unser logisches Denken. Und wir leben jetzt in einer Gesellschaft, gerade besonders in Deutschland, das ist zum Beispiel spannenderweise in Brasilien oder so anders. Ich habe neulich gerade von einer Neurowissenschaftlerin ein Buch gelesen, wo sie erzählt hat, dass da die Emotionen halt noch viel mehr Wert haben. Genau, dass es da eben auch Unterschiede gibt in der Wahrnehmung unserer Wirklichkeit. Und das ist auch eben kulturell geprägt und beeinflusst. Und viele wichtige Informationen, die wir fühlen und wahrnehmen, können wir aber mit dem logischen Verstand gar nicht erklären. Und das heißt nicht, dass sie nicht valide sind. Und das ist das, wo die innere Stimme gehört werden will, auch wenn wir es nicht immer mit Logik erklären können. Und unsere normale Reaktion ist häufig, zu sagen, weil wir es eben nicht logisch erklären können. Dann fangen wir an zu zweifeln, dann kommen die Ängste. Und ganz häufig wiederholen wir dann bestimmte Reaktionen auf Emotionen, weil wir es eben so gelernt haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das bedeutet nicht, dass wir so sind. Da ist ein extremer Spielraum für neue Kreationen, für das Entwickeln einer neuen Identität, für neue Verhaltensweisen, für neue Ziele, für neue Visionen und für neue Pläne, für neue Umsetzungspläne. Denn der Weg in unsere wahre Stärke führt aber nicht immer über nur Logik, sondern der führt auch darüber, ins Herz zu fühlen und zu fühlen, hey, was ist der richtige Weg? Hey, was gibt mir Kraft und Emotionen? Das braucht dieses Vertrauen, dem auch mehr zu folgen und dem Verstand nicht nur die Führung zu übergeben. Und das ist sowieso so, dass 95% unserer Gedanken aufgrund unseres Unterbewusstseins sowieso dazu da sind, uns in den gleichen Dingen zu halten. Das heißt, das Denken ist nicht immer ein guter Berater, weil das führt häufig einfach nur zu den gleichen Gedanken, die zu den gleichen Reaktionen führen. Und um den nächsten wichtigen Schritt zu gehen, wenn du jetzt vielleicht in der Situation bist, dass du überlegst, ich weiß, ich will was verändern und warum gehe ich diesen Schritt nicht? Und dann fängst du an, mehr darüber nachzudenken und dann wird der Schritt immer unrealistischer, weil der Verstand dann anfängt, Gründe zu suchen, warum es nicht geht zum Beispiel. Oder wenn du schon länger merkst, hey, in dieser Beziehung oder in Beziehung generell, ich stoße immer wieder an die gleichen Muster und du bekommst aber immer wieder die gleichen Gedanken und das dreht sich so wie im Kreis. Die Dinge drehen sich so wie im Kreis. Dann ist es halt super wichtig, einen Blick auf die Emotionen zu gucken. Da gehe ich in der nächsten Folge nochmal drauf ein, weil unser Unterbewusstsein ist ja das emotionale Gehirn und da steht und fällt all unser Verhalten, beginnt dort. Je mehr wir uns trauen, diesem wahren Weg zu folgen, umso mehr werden wir auch auf Hindernisse stoßen. Das ist ja, es geht ja immer darum zu gucken, bist du bereit, den Weg wirklich zu gehen? Bist du dem bereit, den Weg zu gehen, zu mehr Glück und gleichzeitig auch mehr Schmerz zu halten? Bist du bereit, mehr in die Lebendigkeit zu gehen und auch mehr Taubheit zu halten? Ja, das sind ja immer Polaritäten. Und im Grunde genommen geht es darum, die Ängste zu identifizieren und wirksame Strategien zu entwickeln, sie zu überwinden und die Komfortzone immer und immer wieder zu verlassen. Und da mischt sich dann wieder gern das Denken ein, das dann sagt, nein, das ist zu gefährlich. Und der einzige Weg ist wirklich darauf zu vertrauen, dass du stark genug bist, diese Hindernisse zu bewältigen, um diesem wahren Weg, diesem wahren inneren Weg wirklich zu folgen. Und ich glaube, dass wenn wir bestimmte Wünsche in uns tragen, dass wir auch die notwendigen Ressourcen haben, diesem Weg zu gehen. Und dass es sogar zu unserer Aufgabe gehört, genau die Person zu werden, die den Weg geht. Weil das ist genau dieser Entwicklungsprozess, den es braucht, diese inneren Blockaden zu überwinden. Und dass die Ressource Denken nicht die einzige ist, die wir haben. Die ist auch eine wichtige, also wir können ja auch unser Denken verändern oder wir können auch eine Gleichgültigkeit gegenüber unseren Gedanken entwickeln. Dass die nicht immer die Führung übernehmen, aber wenn du einen Wunsch hast, dann hast du alles, um ihn zu erreichen. Ich glaube, die Frage ist eher, bist du bereit, sowohl in das positive Gefühl zu gehen, als auch das negative Gefühl auszuhalten? Bist du bereit, für die Freude durch die Angst zu gehen? Bist du bereit, für das Glück Unglück zu halten? Das bedeutet, bist du all in, was das Positive, aber auch das Negative bedeutet. Denn das Unterbewusstsein wird sofort Ängste schicken, die wieder dir die Gedanken schicken, die dich wieder in das All zu hinein und zurückversetzen. Und es braucht eine gewisse Standing Power, eine gewisse Durchhaltekraft, um dann wirklich dran zu bleiben und auch wirklich was Neues zu kreieren. Wir wollen die tolle Beziehung, aber wir sind nicht bereit, uns die Themen anzugucken, die wir uns bei uns angucken müssten, damit wir offen sind für die tolle Beziehung. Und das beginnt immer mit einem Schritt. Und je mehr du darauf achtest, was du veränderst, wo du deine Komfortzone ausweitest, wo du bereit bist, mehr von den unangenehmen Gefühlen zu halten und auch bereit bist, mehr von den guten Gefühlen zu halten, Je mehr du darauf achtest, umso mehr geht der Fokus dahin, umso mehr sucht das Unterbewusstsein auch mehr. Es gibt ja diesen Spruch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit und das stimmt auch auf der unterbewussten Ebene. Das Unterbewusstsein folgt immer deinen Gedanken. Und wenn du denkst, hey, cool, ich bin schon einen Schritt weitergegangen in die Richtung, die sich richtig gut für mich anfühlt, wo ich auch mal nicht so gute Dinge fühle, aber ich bin bereit, für beides zu gehen, dann guckt das so, das guckt das Unterbewusstsein danach und sagt, ah, cool, das war gut, ah ja, sie will dahin, dann gucke ich, wo ist mehr davon. Und es ist so ein kontinuierlicher Prozess, wo wir jeden Tag einen Schritt weitergehen, wo wir jeden Tag einen Schritt aus unserer Komfortzone wagen, wo wir uns jeden Tag überwinden, etwas mehr in die Richtung zu lehnen, uns mehr in die Richtung zu lehnen und dann mehr in die Richtung zu gehen, den Fokus mehr in die Richtung zu lenken. Und der wichtigste Kompass ist immer die Frage, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt, auch wenn es eiskalt werden kann auf dem Weg und dann auf der anderen Seite wieder schön warm, die Frage ist, ob das dich in deine Kraft und Energie bringt. Und das kann total tricky sein, weil ich kann zum Beispiel den Wunsch haben, ich will einen neuen Job haben und das fühlt sich überhaupt nicht gut an, die Vorstellung, den Job zu verlassen. Und das ist ja auch logisch, weil Sicherheit aufgeben bedeutet immer unbekannt, bedeutet immer Gefahr, fühlt sich nicht gut an. So, dieses Ob-es-sich-gut-anfühlt, das liegt auf einer anderen Ebene, das liegt, und da ist emotionale Differenz total gefragt, weil dieses Ob-es-sich-gut-anfühlt, liegt nicht auf der mentalen Ebene mit den Gedanken, oh Gott, was kann passieren, sondern es liegt auf der zellulären Ebene und nicht die alten Emotionen, sondern die aktuellen, das, was zum Hier und Jetzt gehört. Wie gesagt, der wichtigste Schritt ist anzufangen, dieser inneren Stimme mehr zu folgen, anzufangen, diese Wahrheit, die du spürst, die zu dir spricht, wie so ein weiser Berater, die klare Antworten für dich bereithält, dieser Stimme mehr zu folgen und indem du ihr mehr folgst, umso mehr wirst du sie stärken und umso mehr werden sich die nächsten Schritte klarer und klarer zeigen. Und ich habe für dich eine superschöne Meditation aufgenommen, die dich dabei unterstützt, dich wirklich mit dieser Essenz, mit deiner wahren Essenz zu verbinden. Du findest sie in den Shownotes, das ist 15 Minuten lang. Und falls du auf deinem Weg zweifelst, hol dir die Meditation, hol dir Unterstützung, wenn du merkst, du gehst immer nur zwei Schritte vor und drei Schritte wieder zurück. Es lohnt sich, dieser inneren Kraft zu folgen, weil die enthält deine Magie und die enthält deine Wahrhaftigkeit und deine Wahrheit und die enthält ganz viel Kraft, Lebenskraft, Erfüllung und Glück. und das ist etwas, was immer da ist, was es nur mehr und mehr und mehr gilt, freizulegen. Also starte am besten gleich, lade dir die Meditation runter und verbinde dich mit dieser wahnsinnig schönen Kraft, die jeder von uns hat und dann geh into Action. Lehn dich in deine Angst hinein, probiere neue Dinge aus, dehne die Komfortzone aus und werde unaufhaltsam, weil das ist unsere authentische Energie. Unsere authentische Energie ist, dass wir in unserer Kraft sind, dass wir in unserer Power sind, dass wir nichts zurückhalten und mehr und mehr entblättern, was für eine Power wirklich in uns steckt. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du eingeschaltet hast. Lass mich gern wissen, was dich gerade total begeistert und wofür du gerade losgehst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple oder Spotify. und wir sehen uns in der nächsten Folge im Empowered Life Podcast und stay in your power. Vielen Dank.